Hallo, wie geht's dir? Sehr gut, ich habe noch eine Frage zum letzten. Was ist meine Lieschfarbe? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte so viele schöne Farben gibt, aber ich habe keine Ahnung, welche mir liebsten gibt. Welche mir liebsten ist. Ist das bequem so? Oder rot? Ich habe keine Ahnung. Mama Gugu. Was war ich denn? Au, er hat mich interviewt. Er hat mich interviewt. Diana kommt gleich. Und? Äpfchen! Ja? Oh, und da noch rein. Fertig. Mach aus. Warum? Darum musst du erzählen, wie ich das gemacht habe. Gugu, Mama! Mama Gugu! Gugu, 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 Gugu! Au! Alter Junge, ich mach eine Antwort. Wer ist Hanna mit Hanna? Nein. Wer ist Hanna mit Hanna? Wer ist Hanna mit Hanna? Oder Hanna? Oder... 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 Ein... 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 Oma Hildegard. Das ist meine Frage. Ja? Ist Hanna mit Hanna mit Hanna? Mama Gugu, Gugu? Da sind... Da sind... Au! Ey, was mache ich hier? Au! Au, interview! Bitte, 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 bitte! Warum hast du da auch da drin? Au! Hat mich echt... Bist du ein bisschen zu groß dafür? Ähm, ne. Hier macht es so sauer Riesenspaß. Mhm. Ich hab eine liebste, liebste Schülerin. Und meine liebste Schülerin. Und meine liebste Schülerin. Und meine liebste Schülerin heißt... Frau Feuchmann. Meine liebste Schülerin. In Köln. Oder? Ja. Machst du mir aus mit dem, was ich gemacht habe? Gleich. Oh Mann! Das ist voll gut. Ich habe einen schönen Tag. Aua... Ma... Mh... 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 Sieh mal wie meine Zehen aussieht! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah